Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Enigmatis 3, der Schatten von Karkala. Wir haben ja letztes Mal die Hauptstory gespielt und ich würde jetzt gerne das Bonusabenteuer spielen mit euch. Blut im Schnee. Wir lassen es bei der gleichen Schwierigkeitsgrad. Oh, Gott, verdammt! Um, etwa 20 Minuten? Cause Jim's in the monastery, and the rest of them went to the other side to work, and Fang is here, so I was thinking... Girls' Night! With two of my favorite peeps. Yeah, Fang drew you a pick. Did you hear that? Jen, something happened in the monastery. Neue Aufgabe, erreiche das Kloster. So, schauen wir mal. Wir schauen uns erst mal den Wagen an. Wir haben ja hier Medikits, Schere, alles mitnehmen. Dann gucken wir mal... Hier können wir, glaube ich, nichts mehr gucken. Dann hier. Die Balken und der Schnee sind ziemlich durcheinander. Okay, können wir hier irgendwas machen? Flatsch. So. Okay, gucken wir mal kurz. Kein Signal. Wahrscheinlich ein Einschub für Batterien. Ja, Batterien habe ich jetzt gerade keine. Hier müssen wir mal gucken. Portal. Ey. Wow. Hier sind die ganz Gurte. Es wird einige gute Schläge bedürfen, um die Säule zu zerhacken. Alles klar. Wir brauchen irgendwas zum Schlagen. Hier können wir leider nichts machen. Ne? Ne. Es wird, glaube ich, wieder raus. Was? Hey, I'm getting close to the monastery. What's going on in there? Jim is wounded. His leg is in bad shape. You can use that lift to get him down to me. But you need to take care of his leg first. Machen wir. Eine Wunde wie diese kann sich leicht entzünden. So. Alles klar. Müssen wir mal kurz gucken. Sie ist da. Was haben wir hier? Noch nicht. Muss ich hier irgendwas machen? Nö. So. Ich muss ihn zuerst zum Lift bringen. Wir brauchen also irgendwas, um ihn zu transportieren. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Doch. Ich muss irgendwie hier hin. Ach so. Hier. Ganz direkt. Alles klar. Jetzt. Noch nicht. Ich muss ihn zuerst zum Lift bringen. Ah. Was ist denn das jetzt hier? Wo muss ich denn jetzt denn? Komm. Zeig. Nochmal raus. So. Okay. Wir brauchen jetzt etwas, um ihn zu transportieren. Ach da. Guck mal. Das stimmt ja. Hier waren ja... Ach, Herr lieber Gott. Jetzt müssen wir hier die Liege zusammenbauen, ja? Ähm... Ähm... Da ist ein Stück. Da ist ein Stück. Komplett. Super. Da haben wir das Ding. Alles klar. Ich muss das Ding... Da muss ich ihn drauflegen. Dann muss ich ihn jetzt runterschicken. Wow. Das fühlt sich selbst. Bring Jim. James Harrison. Die fluoreszierenden Symbole könnten übereinstimmen. Finde heraus, was Jim entdeckt hat. Riemen. Eispickel. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Oder? Ne. Mehr kann ich hier nicht machen. Das haben wir ja alles schon gelöst, gemacht, getan. So, wir müssen jetzt zum Portal. Wow. Sieht sehr... Ich kann nichts erkennen. Das Licht ist aus. So müssen wir das Ding wieder anmachen. Kann ich das Ding da raus... Mit dem Ding? Auch nicht. Ah, okay. Und, äh... Ach, shit. Guck mal. Das funktioniert auch nicht. So, jetzt aber. Jetzt haben wir Licht. Wow. Was haben wir hier? Ich wette, die Symbole stimmen mit denen im Gyms Schatulle im Lager überein. Da haben wir eine Batterie. Alles Gute. Wow. Guck mal. Hier haben wir schon wieder was Neues. Alte Schatulle. Okay. Dann müssen wir, glaube ich, mal... ...da hin. Und V springen. Machen wir mal ein Bild. Okay, das hat er auch gemacht. Ja, wir haben leider keine... Wir müssen noch mehr Batterien sammeln, um das hier lösen zu können. Jetzt muss er, ich verbirge wohl viele Geheimnisse. Ah. Alles klar. Wir brauchen noch eine Batterie. Da. Komm mal her. Wir haben jetzt zwei Stück. Dann können wir jetzt die Batterien einsetzen. Foto ansehen. Dann muss ich jetzt noch mal einspülen. Und ein Foto machen. Ja, ich habe es. Die Symbolen von der Bühne sind, die auf der Boxen sind. Die Schatten sind nicht komplett. Aber wenn Jim richtig ist, kann ich den Missing Teil in seiner Boxen in der Kampen finden. Hey, wir sind noch auf der Weg. Er ist gut, aber er ist noch nicht bewusst. Wie lange dauert er ihn zum Krankenhaus? Um, wenn wir transportiert werden, wir sollten in der Krankenhaus sein. Bibi, was die Hölle passiert? Ich bin noch nicht sicher. Ich muss noch zurück zum Campen und alles zusammen. Hallo? Jenny? Hallo? Okay. Was sollte ich jetzt noch tun? Ich denke, dass ich jetzt auch wieder raus muss, oder? Nee. Zeig mal, was muss ich jetzt machen? Doch. Raus. In den Wagen. Hallo, Kind. Da, Jims Eigentum. Achso, wir brauchen einen Fingerabdruck. Und heute nicht im Kloster zu sein. So, wie machen wir das? Alles klar. Guck mal. Raus krabbeln. 2008. Müssen wir mal kurz gucken. Wie kriegen wir denn jetzt einen Fingerabdruck hierher? Da, guck mal. Auf jeden Fall eine Pinzette. Und nü? Ist da hinten rein? Ah, schau mal. Ist okay. Ich habe nichts, um darauf zu drucken. Alles klar. Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal raus. Ne, warte mal. Warte, 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 was? Da. Die Folie steckt fest. Druckfolie. Druckfolie. Alles klar. Und nü? Ich habe versucht, ihn zu reparieren, aber es ging schief. Mal gucken. Wo mussten wir hin? Wieder raus. Okay. Okay. Da haben wir wieder... Google Schreiber. Kekse. Kann ich den auch machen? Ja. Jawoll. Supi. Dann gehen wir mal da rein. Wir brauchten das. Super. Dann haben wir das Bild schon mal. Und das müssen wir... Dieses Teil, ne? So. Es würde zu lange dauern. Okay. Wir brauchen einen Fingerabdruck. So. Wo kriege ich jetzt einen Fingerabdruck her? Gucken wir nochmal hier. Da. Haha. So. Zupi. Da haben wir es doch. Unglaublich. Nach dem Gebrauch von UV-Spray... Entschuldigt, das war das Signal von meinem Controller, dass er jetzt aus ist. Wurde auf dem Relief ein geheimes Symbol offenbart. Wo ist das andere Teil? Alles klar. Hier haben wir noch ein paar Bilder. Da. Ah. Setz dir das Muster auf dem Deckel der Kiste zusammen. Alles klar. Dann nehmen wir mal hier. Hier. Das ist das. Ah. Da muss der Bogen... Genau. Und hier haben wir dann... Ne. So. Die Schlaufe. Genau. So. So. Dann muss jetzt so ein... Ne. So. Ah. Guck mal. Das ist ein Bild, ne? Der Mond ist ja auch da drauf. Und hier eine weiße Gestalt angreifen. Hm. Wow. Und Gas. Ich müsste einige Schmerzmittel in meinen... Okay. Ich müsste einige Schmerzmittel in meinen... Ich muss hier raus. Wie komme ich jetzt hier raus? Fang... Mit... Papa... Zeltlager... Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das haben wir. Chips, Eintuch... So. Jetzt dürfen wir raus. Das ist aber schön. Das muss erstmal in mein Zelt. Ach du liebockert. Thriller. Eins. Zwei. Äh. Hat sie hier noch irgendwo ein Buch? Da war eine Mütze. Na gut. Auf jeden Fall erstmal... Ach ich dachte... Da ist noch ein Buch. Da ist die Nagelfeile. Streichhützer. Brille. Kekse. Karabiner. Kopfhörer. Ohrringe. Erdnüsse. Schmerzmittel. Und... Ne, das ist Zahnpasta. Taschentücher brauchen wir noch, ne? Da. Painkiller. So. Hau rin. Geht's dir jetzt besser? Schmaler Fahrt. Ach so, jetzt müssen wir wieder gucken. Hilft uns die Karte irgendwie? Nei, ich kann nicht, wir vergessen. Ich kann nicht, selbst zu mir selbst, jetzt zu erschrecken. Nein. Ich kann nicht, selbst zu mir selbst, sich zu장님 jetzt nicht zu erschaffen. Ich kann nicht, selbst zu einer Hurry ist jetzt zu mir entfernt. Nein, ich kann nicht, selbst zu mir entfernt. Okay Links Rechts Das dauert mal schon ein bisschen, dann sieht man Was zurück Da lang Da lang Ah, guck mal Rechts Ich würde gerade sagen, links Da durch Da Was bist du? Eine Figur Alles klar Das ist noch ein Stück Holz Ein Ast Kann ich die auch noch mitnehmen? Okay Da hat einer Dieser Kerl Die Figur Kann ich nur einen Haus Sein Ach, guck mal Zack Kann ich jetzt darüber Oh, fast schief gegangen hier Drücke die Figuren in der richtigen Reihenfolge Zack So Nee, du bist da 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 Wo ist das jetzt? Ich habe das fehlende Teil noch nicht Alles klar So ausdauernd wie die beiden anderen Okay, mir fehlt noch einer In zwei gebrochen Was ist das da? Gut Schauen wir nicht nach unten Achso, da kommen die drei Äste hin Alles klar Das haben wir noch nicht Das geht ja nicht Da fehlt noch was Müssen wir ganz kurz gucken Zumachen Wir müssen da hin Kann ich Doch Gezacktes Element Nee, das geht nicht Und nu Zurück Ach, guck mal Ja Ja, da hätte ich dann auch Irgendwie drauf kommen können Zack, zack Ab in die Höhle Ja, die war bestimmt mal hier Schiebe die Türen zur Seite Um an das Objekt zu kommen Ach er je Ach so Das da Okay, das geht mal da hin Ich muss das mal anders probieren Tu es nach oben Du da hin Du da hin Nee, das reicht nicht ganz Ich würde sagen So Kann man das irgendwie aufmachen? Nö Ich würde grad sagen Ah Da ist nix Was haben wir da? Das ist Wasser Symbol Sie sind weg Ja Ja, eine habe ich Weil die ist kaputt Ach guck mal Das Die muss ich glaube ich erst flicken Gucke mal da Das kommt jetzt ein Erzsymbol Ne Da ist ein Schlüssel Ach hier Gemini Und das ist das nächste Teil So Die muss man flicken Und dann kann ich sie Eine fehlt immer noch Ein Wimmelbild Wer hätte das gedacht Findet die Objekte der Schale Na Gucken wir mal Ob wir die Sachen alle zusammenfinden Brauchen noch zwei Stück, ne Manchmal Gar nicht so einfach Ach, jetzt haben wir sie So Um, sodass es einen geschlossenen Kreis bildet Okay Okay Das geht weg Äh Okay So Ne, das funktioniert so nicht So Aber da kann man ja nichts machen Vielleicht geht das gar nicht über die Mitte So Wir gucken erst mal So Das muss auf jeden Fall so sein Denke ich Weil Das muss ja hier raus Dann würde ich das sagen So Also da ist auf jeden Fall ein Ende Hier ist auf jeden Fall ein Ende Und es geht ja nur rechts oder links rum Ah, warte Da müssen wir es wahrscheinlich andersrum machen So Und Tada Finde fang und ihre Ihre Figur haben wir Das ist die nächste Figur Für was der Tisch gut sein Er zieht Er sieht ziemlich außergewöhnlich aus Ja Ja Wir können hier leider nur noch nichts machen Was ist das? Was ist das? Das ist die Figurin. Fang says you're on Arsa. Are you? Depends. Are you the one killing people with strange magic? What? No, I thought he was one of your people. Okay. Let's start from the beginning. There's a reaper on the loose, trying to open the gate to the ultimate evil. This statue is the key to the only thing that can stop it. Well, good thing it's re... Hey! Take a look. Take a look. It is an ancient weapon against the evil. It is a creature named Wrath of God. To wake it, one needs to create a candle made of special ingredients and light it at the altar in the secret chapel. To defeat the one who came here, we must release Wrath of God. Will you help me? Of course. Then we need to find the ingredients. One of them is a very rare resin. It is dangerous to acquire, so I'll deal with that. Please, find these ingredients and let's meet here. Okay, we have to collect Zutaten. Then let's see where we can find Zutaten. Puzzleteil. Alles klar. Wir müssen also erstmal wieder zurück hier hin. vertausche die Mönche so, dass ihre Kutten farblich mit den Hintergründen zusammenpassen. Alles klar. Der dahin. Der dahin. Der dahin. Der dahin. Der rote dahin. Violette da. Braun. Zack. 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 Virtueller Weihrauch. So. Virtueller Weihrauch. Der vorliegen ist. Was kriegen wir denn die hier? Ach so. Da sind sie. Das ist auch die zweite Figur. Super. So. Das haben wir auch. und dann müssen wir zurück zu Kisten. Da glitzerts. Ach herrje. Nagellackentferner. Wo ist der denn jetzt? Grüß dir. Ja, machen wir das mal so. Dann Seife. Das war der Nagellackentferner. Streichhölzer. Das haben wir auch. Tippenstift. Wattepacks. Ähm, da. Dann Nutzungsbuch. Fernlands. Mein Schal. Da haben wir es. So, wir haben jetzt Streichhölzer. Dann soll ich ja hier. Das ist Kraut. Ich glaube, jetzt habe ich alles, ne? Wow, was? Wieso ist denn jetzt hier eine Blutspur? Was ist denn jetzt passiert? Da ist die Flöte. Leitet das Wasser um, sodass es einen geschlossenen Kreis gibt. So, das muss auf jeden Fall so. So. Können wir es hier zumachen? Ah, die Kleine war schon wieder versteckt. Ich glaube, sie kann nicht... Oh, wei. Ah, im Kloster. So. Wir müssen ja trotzdem irgendwie weitermachen, ne? Alles klar. Ich würde das, glaube ich, auch nochmal hier hinlegen. Das noch hier hinlegen. Das noch hier hinlegen. Die auch? Nee, die nicht. Aber das. So. Wir müssen das mit dem... Dann brauchen wir die Kräuter. Müssen sie zerstoßen. Dann müssen wir die da drauf machen. Und anzünden. Das da rein. Das da drauf. Ah. Wenn das geschmolzen ist, darf es da rein kippen. Wunderbar. Alles klar, sie brennt. Ich packe mir jetzt eine brennende Kerze in die Tasche. So. Das heißt, ich gehe jetzt einmal zurück. Und stelle die Kerze. Erst die Lamas, dann die. Okay. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wo ist die Kleine? Fangen, hier Kannst du die Flöte benutzen? Wie funktioniert das mit der Flöte? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ins Lager? Zurück 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 Gibt St. Po die Flöte? Wo ist er denn? Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ein Professor mit diesem Namen nie an unserer Uni war Alles klar Was ist der Flöte? Was ist der Flöte? Hier Ehrenhauer So, das ist jetzt die Story, wie sie im Eis gelandet ist Wir haben ja ärztlicher als sie ausgegeben Und wir haben sie ja hinterher gefunden Sie lag ja neben der Kiste im Lager Ja Ich würde sagen War eigentlich ein ganz nettes Spiel Ich habe ja schon so einige von denen gespielt Und ich tue mich ja immer wieder schwer mit diesen Finden Deswegen mache ich auch mal die Tipps an Aber es geht mir auch mehr um die Story Wie halt jetzt Da der Pro sein Und alles von alleine zu finden Ich danke euch fürs Zusehen Und wir sehen uns dann beim nächsten Wimmelbild Wieder Bis dahin Bye Bye